Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann müssen wir schauen, für eine Farbaufgleichs 1 gehört die Weicherspiegelung der Umstellung Verschließen 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 Und jetzt das Einfahnsignal freistellen Einfahnsignal So, und wann jetzt dazu kommt, wann wird da das Tastensperrfeld So, das ist quasi das Tastensperrfeld geformt Das heißt, der Zug ist eingefahren Verstehst du nicht? So, das Einfahnsignal ist wieder in der Stellung Halt Und jetzt kommt der Auftrag Dass das Tastensperrfeld mit dem Befehlsempfangfeld wieder zurückgegeben werden Dann ist das wieder gesperrt Und hier wird der Lackan Dann wird das Ganze wieder in die Entschuldung gebracht Was jetzt noch nicht geht, weil das Fahrstraßenfessler gefällt auch Geplockt ist und wir müssen jetzt das Fahrstraßenauflösefeld So, die sind gebrocken Jetzt kommt wieder in die Grundstellung zurück Und da, der Knie mal wieder zurückgelegt Und jetzt die Weiche wieder entlegelt Dann passt das wieder